Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier in meinem Hohen Haus. Fünf Jahre lang habe ich es für Sie renovieren lassen. Und ich bitte Sie, sich selbst ein Bild zu machen. Ein Bild auf alten Kameras. Oder auch zücken Sie Ihre Mobiltelefone, Ihre Smartphones. Machen Sie ein Foto, posten Sie es in Ihren Social Media. Ja, Frau Burris, das gilt auch für Sie, wenn Sie mir zuhören würden und nicht mit dem Handy spielen. Ich habe natürlich schon auf den Kanälen der FPÖ gepostet, auf Twitter und Facebook. Wie ist mein Studi-VZ-Login? Dann fehlt noch Instagram und natürlich das Wichtigste für die FPÖ, das Telegram. Wir Faxen. Gut, dann wäre die Medienarbeit erledigt. Ich darf auch herzlich willkommen heißen auf den oberen Rängen. Die ehemaligen Politiker und Rinnen. Natürlich die Muppet-Loge könnte man sie nennen, gell? Die Muppet-Loge. Meint der ja uns. So, ich muss googeln. Was bedeutet Muppet-Loge? Ja, wahrscheinlich hat er mir ich gemeint. Früher haben sie zu mir alle gesagt, geh mit der Kraut. Mich nannte man Scooter. Ach so, das ist auch weissbar. Ja, und das ist natürlich so. Viele werfen mir vor, ein Wolfgang S. würde hier alleine alles entscheiden und alle Einkäufe bestellen. Aber nein, ich lasse euch einen anderen Wolfgang S. mitreden. Bitte. Exzellent. Und er möchte uns jetzt bitte die Leviten lesen. Als deutscher, alter Präsident des Deutschen Bundestages und als Hüter der deutschen Sprache verbiete ich in Zukunft den österreichischen Parlamentariern die Verwendung modernistischer Formulierungen wie den Binnen-I, Anglizismen und Sozialismen. Sehr gut, bravo. Endlich sagt es einmal jemand, die darf es nicht, die muss neutral sein. Als Präsident. Nein, als Österreicher steht im Gesetz. Halt, halt, halt. Die SPÖ lässt sich den Mund hier nicht verbieten. Wir sind schon einen Schritt weiter als das Gendern. Ja, wir verwenden auch Pronome. Wir haben den niederösterreichischen Spitzenkandidaten als der Frau Hanni plakatiert. Das ist lustig. Die Frau Dr. René Wagner hat vergessen zu sagen, dass sie eine Ärztin ist. Da erkennt man sich ja gar nicht, wenn man sich nicht sagt, wussten Sie, dass ich Ärztin bin. Ja, man sieht, das Klima ist auch in der Opposition wieder besser geworden. Was sagt eigentlich die Grand Dame der Presse dazu? Na, was soll ich so sagen? Das Gesprächsklima her im Nationalrat. Furchtbar, furchtbar. Ich vertraue dem nicht, das Gesprächsklima. Ich werde zur Gesprächsklima-Aktivistin und klebe mich da jetzt fest mit der Hand, bis tatsächlich nachhaltig das Klima hierherinnen besser ist. Das hat uns doch gefehlt. Eine Klimakleberin hier im Hohen Haus, kaum renoviert. Mit feinstem Eisbärleder haben wir hier die Balustrade bezogen. Schon klebt sich da jemand drauf. Aber da soll sich das Volk selber drum kümmern, weil denen gehört ja das Hohen Haus. Das gehört uns. Genau. Kommt herein, stürmt das Parlament. Was? Nein, nur symbolisch. Und eine Klimakleberin, die wartet auch auf euch da oben. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Don Maschek! Ja, das war jetzt der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen schaß. So ist das halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt, Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.